Wer Geld anlegt, will dieses vermehren. Dass es dabei auch in Deutschland durchaus möglich ist, Millionär zu werden, zeigt die neue jährliche Studie von Capgemini, genannt World Wealth Report. Wir betrachten die Entwicklung der Zahl der Millionäre weltweit in den USA und in Deutschland, schauen uns an, wie sich deren Vermögen entwickeln und überlegen uns, was wir von den Millionären lernen können. Bevor wir zu den Zahlen kommen, die Definition. Wer ist nach der Studie Millionär? Das sind die Menschen, die Bargeld, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, alternative Investments und nicht selbst genutzte Immobilien im Wert von mehr als einer Million Dollar haben. Was bei der Studie also keine Beachtung findet, sind Eigenheime, Gebrauchsgüter und Sammlungen. Tatsächlich sind also vermutlich nicht mehr Menschen wohlhabend. Man kann sich ja vorstellen, dass eine Person, die das Eigenheim verkauft, das auch in Deutschland in vielen Regionen in den letzten Jahren deutlich an Wert gewonnen hat und dann in eine Mietunterkunft zieht, dass diese Person dann natürlich auch in dieser Studie auftaucht. Trotz dieses Aspekts ist die Studie unserer Meinung nach von der Machart her jedoch beachtlich, denn sie deckt den Angaben zufolge 71 Länder ab. Auf die Länder entfallen mehr als 98 Prozent des globalen Bruttonationaleinkommens sowie 99 Prozent der weltweiten Börsenkapitalisierung. Wir sehen in der Grafik die Zahl der weltweiten Dollarmillionäre. Seit 2008 sehen wir einen beinahe jährlichen Anstieg der Dollarmillionäre. Ausnahme war 2022. Wegen der hohen Inflation fielen die Vermögen lediglich von 2021 auf 2022. 2023 nahm dann der positive Trend wieder Fahrt auf. 2023 durften sich weltweit 5,1 Prozent mehr Menschen Millionär nennen. Aber nicht nur die Zahl der Millionäre nahm zu, sondern auch deren Gesamtvermögen, das bei 86,8 Billionen Dollar lag. Nicht allzu überraschend sind die meisten Millionäre in Nordamerika zu finden. Dort gab es zuletzt 7,4 Millionen Millionäre, ein Zuwachs von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die in Nordamerika lebende Millionäre haben zusammen ein Vermögen von 26,1 Billionen Dollar. Auch in Deutschland stieg die Zahl der Millionäre und auch deren Vermögen. Wegen der schlechteren wirtschaftlichen Lage stieg die Zahl der Millionäre in Deutschland aber nur um 2,1 Prozent auf 1,6 Millionen Millionäre und deren Vermögen um 2,2 Prozent auf 6,3 Billionen Dollar. In den USA wurden also 2023 relativ betrachtet mehr Menschen Millionär und diese schafften es auch, Vermögen auf sich zu vereinigen. Das mag an der besseren wirtschaftlichen Lage liegen, aber auch daran, dass die Amerikaner eher die Aktienmärkte nutzen, um das eigene Vermögen zu vermehren. Was nehmen wir für uns aus dieser Studie mit? Wenn unser eigenes Vermögen von 22 auf 23 um mehr als 2,2 Prozent stieg, legte unser Vermögen in der Zeit stärker zu als der Durchschnitt der deutschen Millionäre. Wenn unser Vermögen um mehr als 7,2 Prozent stieg, dann legte es sogar stärker zu als das der amerikanischen Millionäre. Und das zeigt einen wichtigen Aspekt. Die Geldanlage der Superreichen lässt sich nicht eins zu eins auf jede Geldanlagestrategie übertragen. Bei vielen Reichen ist das Vermögen in Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gebunden. Sie müssen und können Chancen und Risiken ganz anders managen, als wir dies in Portfolien tun können, die vor allem aus Wertpapieren und vielleicht Immobilien bestehen. Was heißt das für uns? Etwas Positives aus den Strategien der Reichen mitzunehmen, das uns auch leicht implementierbar erscheint, kann nicht schaden. Sich krampfhaft zu bemühen, eine Strategie zu kopieren oder sich gar zu ärgern, dass man nicht die strategischen Möglichkeiten der Reichen hat, macht hingegen wenig Sinn. Für jede Depotgröße gibt es ausreichende strategische Werkzeuge. Wir haben mal einen exemplarischen Weg zur ersten Million in diesem Video skizziert. Alles Gute bei deiner Geldanlage, dein Optionsweltenteam.